Moin Moin und willkommen zurück bei Egg Tracer. Unser Engel hat uns gerade begrüßt und es geht sofort weiter. Wir müssen das Volk beobachten. So, das erste was wir tun ist, dass wir sagen, dass wir es hier hin bauen sollen. Ähm, ne du greifst jetzt hier nicht an. Ähm, baut mal hier hin. So. Und dann müssen wir unser Volk von den kleinen Bledermäusen besützen. Stepp. Stepp. Und so lange bauen sie hier herum. Oh ne. Stepp. Zack, zack. Zack, zack. Gut, baut immer auch schön weiter. Wir haben jetzt von 14 Einwohnern oder zwei, ne, zwei Einwohnern. So, was haben sie mir dann zu sagen? Herr, wir haben jetzt unsere Jagdmethoden. Soweit perfektioniert, dass wir uns in der Lage fühlen, die Monster zu bekampfen. Zeig uns, wo die Höhlen der Monster sind. Ja, das hab ich doch schon. Geht nach Rests, da sind die Höhlen. Zack, zack. Gut, baut immer schön brav weiter. Hmm. Stell Federmaus. Du auch. Abständen. So. Zack. Zack, zack. Oh, das ist ein großer Ding. Stöp. So tut es jetzt auch so. Nein, lass sie. Bleibt da. So. Lauf, Kinder, lauft. Um euer Leben. Gut, die erste Öle wird versiegelt. Ausgezeichnet. So. 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 Der Lebensstandort hat sich jetzt den Film verbessert. Okay, der ist da braun. Döp. 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 Baut, meine Kinder, baut. Döp. 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 Neue Häuser war auch nicht schön. So. Was haben wir? Das Volk hat mir was zu sagen. Ja, in letzter Zeit geschieht etwas Salzsames mit mir. Viele meiner Winzer sind wahr geworden. Wenn diese Kraft zu wahr sind, dann strahlt der Wald im Ostern etwas Heiliges aus. Hmm. Interessant. So. Ihr baut jetzt von hier. die brücke haben wir nun erst die andere seite des flusses geht es noch nicht weiter so hier sollte etwas magisches verbogen was habt ihr gefunden her wir haben eine statue gefunden die wir es jetzt als gabe bringen nimmt sie bitte dann nehmen wir die mann wo ich das hergabe annehmen eine bombe wenn man das gut halt wenn alle fliegenden monster zerstören nehmen wir mit jetzt meine kinder auch mehr gläubige die für mich beten damit ist nichts landen bekommen was habt ihr denn jetzt für mich ist für einen zauberkopf unter den pfeil sind unter den klippen im südost zu nehmen das landes bleich liegt doch etwas begraben hier mit einem euro blitze könnte die felsen zerstören das sollte dann hier sein und was haben wir hier sie griffen durch zerstörung der felsen unter den klippen ist etwas nützliches das ist nicht jetzt groß geschrieben werden zum vorschein gekommen das volk möchte etwas sagen herrn mages ist heißen wurde in der nähe der klippen gefunden wir bringen euch dieses zeichnen uns gaben bitte nehmen sie an okay dann nehmen wir mal die gabe zauberfeuer euer blitz hat einen riesigen fallen zerstört finden wir einen zauberfeuer in den trümmern der felsen okay wir haben jetzt zauberfeuer mitgenommen aber was bringt uns das satze du bleibst hier du hast die leute ich muss jetzt paar blitze schief nein du machst hier nichts kaputt ne aus gut und noch mehr blitze was macht der hunde und noch mehr blitze und noch mehr blitze so hier soll ja anscheinend irgendwas sein stück ähm baurestung so hier hin gut und von hier aus geht ihr jetzt bis hier runter stück 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 ja mehr bevölkerung das ist gut für die wirtschaft und für meine EP ich war kleiner Hund oder Pferd nein war es nicht nein 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 gut 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 und noch ein level ab äh was ist nicht los herr werben im film war einen markt vor einigen tagen von einem dieser an der küste eine schriftrolle wir bringen euch diese rolle als gab ja bitte nehmen sie und noch was okay dass im wald eine schrift wolle schriftrolle gefunden wurde wir bringen sie als bescheidene gabe nehmt unsere jahre an zwei schrift wollen das ist gut zuerst müssen wir hier das die bau baut nein 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 die k k k k Ich bleib steh. So, du auch. Brav. Und ich halte es immer dann, wann meine Bevölkerung seht. Gut, gut. So, du steppst jetzt. So, 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 so. Bleib hier. Dann würde ich noch ein paar Gaben nehmen. Ne, Zauberqualle. Wir haben noch einen MP bekommen. Was ist überhaupt MP? Und noch einen MP. Gut. Was für Gaben habe ich noch? Blitze, Regen, Sonne, Wind. Was ist das P? Okay. Gut. Immer gut, wenn gebaut wird. Baut, meine Kinder, baut. So langsam wird es voll hier. Nein. Nein. Du hast jemanden getötet. So, du steppst jetzt auch. Und du auch. Und du auch. Bleib stehen. Und du. Und du. Und du. Irgendwie sieht die Bogenanimation aus der Sicht aus. Also aus der Sicht ist ziemlich seltsam aus, oder nicht? Gut. Gut. Baut. Schön, brav. Baut, baut, baut. So langsam wird es voll hier. Ausgezeichnet. Und die Hülle wird versiegelt. Das ist auch gut. Siegelt sie. Perfekto. Unser Volk hat blablabla. Das haben wir was gefunden in der Höhle. Wir haben einen seitzenden Bogen und Pfeile gefunden. Wir bitten euch nämlich unsere bescheidene Gabe an. Ähm. Noch was unerwartet ist. Okay. Wir bringen jetzt. Wir wissen jetzt wie Brücken gebaut werden. Gut. Können wir auch endlich überlegen. Die andere Seite. Und wir haben schon die ersten Brücken gebaut. Alles gezeichnet. Äh. Gaben annehmen. Komm, gib mir mal den Kopf des Engels und die Brücke mit. So, jetzt haben wir die Blaupause in der Brücke dabei. Und im nächsten Mal können wir die denn benutzen, damit die auch verstehen, wie man Brücken baut. Gut. Gut. Das gehört hier. Gut. 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 Und dann. mal hier hoch und dann wird die höhle versiegelt und ob jetzt habe ich überhaupt keine probleme mehr und schon wieder wollen wir wollen sie mir was erzählen ja seitdem die letzte höhle versiegelt wurde geschieht mit mir etwas seltsames salsam ist ja eigentlich jetzt groß geschrieben werden oder etwas keine ahnung nacht für nacht habe ich den gleichen traum an meinem in meinem albtraum steigt das monster minotaurus durch das große loch im südosten er sagt er würde die menschen mit dem trug bestraft und eben weil es in die zukunft sehen kann fühle ist das ist nun jetzt bestraft werden bitte herr steigt in die höhle das unzerstört dieses ungeheuer bevor etwas schreckliches geschieht schreckliches müsse jetzt oder etwas keine ahnung so hier haben wir die hülle da gehen danach herunter als meister aber zuerst müssen wir hier noch etwas aufbauen weil wir etwas können und la blab gut gut so warum eine kinder ist wie herum und überhaupt nichts und die häuser sehen immer besser aus ihr sollt noch mehr bauen bitte bau noch etwas mehr so hier können wir auch und ebenso hier sehr gut also baut wieder dann meine anhänger eine stadt wird gebaut das ist gut baut weil bauen tut gut das könnt ihr mir glauben das wäre klasse und wirklich klasse so ho ho wird nun gebaut wir müssen wieder etwas warten bis sie wieder bauen falls ihr wissen wollt wenn immer wieder gebaut wird dann schaut euch einfach die sondure hier oben rechts an denn so funktioniert das wie ihr seht wird immer mehr die sondure hier ja dann bringen wir den anfang mal wieder zurück und dann warten wir noch einmal ab vielleicht bauen sie noch einmal m m m m ja so dass wir etwas verkürzen ich glaube schon also dann drücke ich jetzt nennen magischen knopf so was wollen sie jetzt und noch mal das ganze und wieder bauen sie gut gut und noch mal das ganze und jetzt gehen sie runter und und anschauen dann sind sie jetzt fertig gut aber ich frage mich gerade das sind die neuesten häuser wenn ich es jetzt nee das ist mit anstrengend das ist gut so oder noch ein kleiner test baut die wirks nicht nichts mehr nein ok ja dann können wir ja jetzt weiß nein wir sind fertig so hier nichts mehr ok also noch tschau tschau und bis zur nächsten woche bei egg tracer tschau tschau